hallo leute wir haben hier wieder ein geheimnis gefunden und zwar ein eingesponnener ernstgang der befindet sich hier unterhalb von dürr einfach hier runterlaufen die straße direkt bei der hauptquest von den von den heiligen berührung also von diesen bärenkram hier wir gehen da mal ein guck mal so drinnen ist hoffentlich mal nicht der badger dass ich richtig kreppel ist und vielleicht haben wir glück und sind bei corpus drinnen sind immer so mini dungeons ihr machen könnt wo ihr gut rausholen könnt wenn ihr gute welt stufen habt wir müssen sie den keller säubern und das sieht aus wenn jetzt wieder ein paar ads dabei sind spinnen ok kommt hier noch was backt oder was mal was vergessen ich höre hier was aber säubern den keller also ich glaube das ist buggy hier weil hier nichts mehr kommt an gegnern da war eine ganz kleine falle war es oh mein gott kiste gehört uns leider nichts dabei aber naja vielleicht habt ihr ja nächstes mal mehr glück schau leute